Hallo, herzlich willkommen heute in Fürstenwalde. Der vierte Spieltag insgesamt, der dritte Spieltag hintereinander. Heute gegen Fürstenwalde, in Fürstenwalde und gegen Blau-Weiß-Brandenburg. Ein Spitzenspieltag heute. Die Tabellenplätze 2, 3 und 4 spielen heute gegeneinander. Und somit sind heute wichtige Punkte zusammen für die vordere Tabellenplätze. Ganz wichtiger Spieltag. Wir packen es an, wir kennen Fürstenwalde nicht. Aber ich denke, das wird uns nicht daran hindern, eine gute Leistung abzuliefern heute. Jawohl! 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 Ja, erstes Spiel heute gewonnen. Wir haben die ersten Einsätze sehr gut ins Spiel gefunden, haben den Gegner eigentlich gut im Griff gehabt. Haben leider dann ein bisschen zu viel gewechselt wahrscheinlich. sind dann aus dem Tritt gekommen gegen Lorweiss Brandenburg und haben dann leider den Üntersatz abgehen müssen. Der vierte Satz war dann wirklich sehr kämpferisch und wir konnten ihm den Satz dann Gott sei Dank für uns gewinnen. So gegen den Spiel wird sein 3-1 raus. Eben gerade ist das zweite Spiel tatsächlich vorbeigegangen. Lorweiss hat leider wieder verloren, 3-1 gegen mein Mann Fürstenwalde und das wird jetzt unser Gegner sein. Fürstenwalde ist eine gute Mannschaft, eine Niederlage. Sie spielen sehr modernen Volleyball, sind sehr flexibel, variantenreich und ich freue mich auf dieses Spiel. Wir werden sehen, was wir dabei leisten können und es wird bestimmt ein sehr interessantes Spiel. Es sind sehr viele Zuschauer hier und wir freuen uns. Ok Ralf Dani. 여기 drückten wir! Herefer! Jaaa! Meine Stimme ist weg. Fürstenwald ist ein unglaublich starkes Team. Wir mussten hier heute mit extremen Kampf besiegen. Wir haben im Tailbreak alles rausgehauen und haben alles gegeben und es war eine überzeugende Leistung, aber erst im Tailbreak 3-2 Sieg. Auf geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017